Hallo zusammen, willkommen zurück auf meinem Blog. Heute helfen wir Jim dabei, sich auf sein großes Date vorzubereiten. Jane, Jane, das brennt. Also, das ist mein Spezialrezept für eine Peeling-Maske. Sie besteht aus Avocado, Chili-Schoten. Es ist soweit. Und? Wie sehe ich aus? Naja, vielleicht noch ein bisschen Make-up. Jede Person zeigt der Welt auf andere Art ihr Geschlecht. Das ist deine Geschlechtspräsentation. Jede Person hat ein Recht darauf, respektiert zu werden. Ganz egal, wie sie aussieht, sich verhält oder sich anzieht. Wie eine Person ihr Geschlecht präsentiert, sagt uns nichts darüber aus, wer sie ist oder welche sexuelle Orientierung sie hat. Oder als welches Geschlecht sie sich wirklich fühlt. Die Geschlechtsidentität ist das innere Gefühl einer Person, ob sie männlich, weiblich oder nicht binär ist. Bei den meisten Personen stimmen die Geschlechtsidentität und das Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, überein. Das nennt sich cisgeschlechtlich. Bei anderen Personen stimmen manchmal Geschlechtsidentität und zugewiesenes Geschlecht nicht überein. Zum Beispiel haben sie männlich wahrgenommene Geschlechtsmerkmale, sind sich aber sicher, dass sie weiblich sind oder umgekehrt. Das wird dann trans genannt. Leute mit einer Geschlechtsidentität, die nicht binär, genderfluid, genderqueer oder gendernonconforming ist, haben oft das Gefühl, dass ihre Geschlechtsidentität nicht in die Kategorien männlich oder weiblich einzuordnen ist, sondern auf einem Spektrum existiert. Deine Geschlechtsidentität kannst du nicht aussuchen oder verändern. Egal, was deine Geschlechtspräsentation und Identität ist, es ist normal, Fragen dazu zu haben, wer du bist und ob das normal ist, was du fühlst und erlebst. Es kann dir helfen, eine erwachsene Person zu Hause oder in der Schule zu finden, mit der du reden kannst. Perfekt. Ich bin so gut darin. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, mich auf amaze.org zu besuchen oder unter Hashtag amaze.org über mich zu twittern. Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.